moin herzlich willkommen und hallo zu einem neuen video von ollie fährt heute fährt ollie nach dresden zum großen us-car treffen ich habe gerade noch mal vollgetankt einmal reingelatzt für 1,56 euro den liter alter wo soll das noch hinführen aber egal spaß kostet ich fahre jetzt erstmal hin ich treffe mich unterwegs noch mit ein paar leuten und dann schauen wir mal was da so abgeht bis später so Tja, auch hier ohne Test geht nichts, aber da ist man schon gleich was vom Gelände oder auch nicht. Und jetzt geht's mal, da ist man, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020